Hallo, ich bin die Lina von der Hundeschule Hund und Gesund in München und ich freue mich, dir heute etwas darüber zu erzählen, was du tun kannst, wenn ein Welpe zwickt und wie du die Beißhemmung mit ihm trainierst. Wichtig ist es, dass du erst einmal verstehst, dass es ganz natürliches Verhalten ist für deinen Welpen, dass er seine Umgebung, seine Artgenossen, aber eben auch uns Menschen mit seinem Maul erkundet und mit seinen Zähnen. Das heißt, er weiß ja jetzt noch nicht, was erwünschtes Verhalten und was unerwünschtes Verhalten ist. Wir müssen es ihm also noch beibringen. Wir sollten es gezielt mit ihm üben und dieses Üben sollte bis zur circa 20. Lebenswoche abgeschlossen sein. Warum? Weil ein Hund, der bis zur circa 20. Lebenswoche gelernt hat, seine Zähne behutsam einzusetzen. Später im Ernstfall sollte es dazu kommen, seine Zähne auch nicht so fest nutzen wird, wie ein Hund, der das nicht gelernt hat. Du solltest das Thema also wirklich sehr ernst nehmen und die Umgebung so gestalten, dass dein Hund das erwünschte Verhalten zeigen kann, also gar nicht erst ins Zwicken kommt und du solltest es auch gezielt mit ihm trainieren. Wichtig ist es, dass du dir immer die Ursachen anschaust. Es gibt zwei Ursachen, die sehr häufig damit zusammenhängen, dass dein Welpe zwickt und zwar ist das einmal der Tagesablauf und die Überforderung im Tagesablauf, aber auch eben das Spiel, was manchmal einfach zu wild für deinen Welpen ist. Du solltest deinem Welpen einen strukturierten Tagesablauf ermöglichen. Das heißt, es passieren jeden Tag in etwa die gleichen Dinge zur gleichen Zeit. Das ist sehr wichtig, weil dein Welpe kann sich da sehr gut fallen lassen und kann wirklich genau voraussehen, was passiert als nächstes. Am allerwichtigsten sind dabei die Ruhezeiten, die du wirklich jeden Tag und auch sehr viel einhalten solltest.